Vielen Dank. Und wie gesagt, Stefan Rosinger an der Gitarre, Martian Bischoff, D-Boys, Musikbau und Sales, ich bin der Doppel. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die euch hier teilgenommen haben. Danke. Vielen Dank. 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 Bye. 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 schöne Stunden hat. Das wäre auch, um nochmal darauf zurückzukommen, im Sinne von Lutz gewesen, Lutz, du Held. Ich sage es jetzt nochmal, wenn ihr dann nach draußen geht, seins leise, versuchts leise zu sein. Und genau, nächste Woche der letzte Jam vor der Erbspause. Und ich pflege es jetzt auch, wenn es mir eigentlich zu bide ist, aber ich nehme jetzt noch kurz seine Worte nochmal in den Mund. Kommt's gut nach Hause, lasst euch nicht erwischen. Tschau, schönen Abend. Ja, vielen Dank, das war ein tolles Ding. Wir würden jetzt eine große Kunst, die sich rar machen können. Wir bauen einfach ab. Wir haben hier noch eine kleine Stimme. Wir haben hier noch eine kleine Stimme. Noch mal! Wir haben hier noch eine kleine Stimme. Wir haben hier noch eine kleine Stimme. Kommt vorne! Die muss er mir sagen. Und wir haben hier noch eine kleine Stimme. Wir haben hier noch eine kleine Stimme. Nächste Veränderung ist der hier. Und bleibt uns toll, kommt wieder auf YouTube. Bestes Team. Und bis dahin. Kommt vorbei. Likes los. Wir sehen uns beim Wochenende. Da haben wir sehr los. Und das ist bei uns, damit wir sehen uns beim Wochenende. Was klingt jetzt übersteigt. Nein. Gästchen